Moin Moin, heute tun wir mal ein bisschen Kuchen backen. Ich habe mich jetzt entschieden hier einen Mandarinenkuchen zu machen, damit wir ein bisschen Vitamine auch mit dem Kuchen mit dabei haben. Also ein bisschen Vitaminkuchen und Vitamin C Kuchen. Also Mandarinen habe ich jetzt hier die aus der Dose genommen. Die sind leicht gezuckert, also da gibt es welche, da ist mehr Zucker drin. Das ist hier die beste Ernte. Und da sind jetzt 175 Gramm drin. Für den Kuchen brauche ich 150 Gramm, das heißt ich habe schon ein paar davon gegessen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Die Mandarinen mit so einem kleinen Sieb über die Schüssel, damit man den Saft abtropfen lässt, weil sonst wird das Ganze zu wässrig, wenn man das dann in der Kuchen mit einrührt. Ja und was brauchen wir noch für den Kuchen? Also man braucht natürlich eine große Packschüssel, wo man dann das ganze Zeug anrührt. Hier haben wir Butter. Ich habe jetzt die polnische Butter benutzt und die Butter, die muss jetzt, da brauchen wir 150 Gramm Butter, die muss man jetzt natürlich noch ein bisschen einschmelzen vorher. Und dann haben wir hier noch das Mehl. Das sind 250 Gramm. Das habe ich auch schon abgewogen. Abgewogen habe ich übrigens alles mit dieser Küchenwaage hier. Das ist EON bei geil.com. EONA. Also die habe ich über Amazon bestellt. Mit der bin ich sehr zufrieden. Da kann man hier, kann man hier das Tara einstellen, wenn man hier, da stellt man dann, also jetzt natürlich eine leere Schüssel mal angenommen und dann stellt man die da drauf und dann drückt man da und dann stellt das hier auf Null und dann tut man, tut man es reinfüllen und dann hat man genau das Gewicht. Und das habe ich aber alles schon vorbereitet. Also hier haben wir 250 Gramm Mehl. Dann gehören eigentlich im Rezept 150 Gramm Zucker rein. Ich habe jetzt nur 100 Gramm Zucker genommen, weil ich weiß nicht, zu viel Zuckern. Dann habe ich hier 200 Gramm Joghurt. Das habe ich auch schon abgewogen. Dann brauchen wir drei Eier dazu. Und einen Teelöffel Backpulver. Da habe ich jetzt hier das Dr. Oetker. Ich habe hier auch schon einen Teelöffel voll. Das habe ich schon abgemessen. Das ist auch schon vorbereitet, damit ich dann alles nur noch jetzt hier reinfüllen muss. Ich muss jetzt in die Schüssel erstmal das, jetzt müsste ich erst einmal warten, bis die Butter kommt, weil die, wenn die Butter eingeschmolzen ist, die schüttet man dann zuerst hier rein und dann kommen die anderen Zutaten dann rein. Das wird dann untergerührt. Und jetzt muss ich schauen, erst einmal drüben, um die Butter einzuschmelzen. Ja, hier sind wir jetzt am Ofen. Da schmilzt die Butter noch vor sich hin. Ich habe die jetzt natürlich nicht auf die höchste Stufe eingestellt, weil ich will ja nicht, dass es gleich verbrennt hier. Das muss man hier, das muss man hier ein bisschen rühren, dass es schön langsam, langsam dahin schmilzt. Mal nur auf der mittleren Stufe aufgedreht, die Herdplatte. Das ist hier Elektroherd, also kein Gas, sondern elektrisch. Mit dem Gas müsste man noch weniger, da müsste man die kleine Stufe nehmen, weil ich habe das, ich habe das im Wohnwagen habe ich Gas und wenn man da durch das Feuer, das entwickelt irgendwie eine größere Hitze als wie der Elektroofen. Besser gesagt, beim Elektroofen verteilt sich das alles, die Wärme auf die gleichmäßige Fläche. Und beim Gas hat man halt diesen Ring, wo das Feuer ist und in der Mitte ist dann noch nichts. Ja, jetzt warten wir hier das mal ab, bis das soweit ist. So, also die Butter ist jetzt mittlerweile geschmolzen. Die fülle ich jetzt hier rein. So, und jetzt kommt dann das Mehl dazu. Jetzt bräuchte ich auf dem Bauch noch eine Hand. Damit ich das, dass ich das jetzt umrühren muss. Und damit das besser zum Umrühren ist, also hier habe ich mal das, das, das größere, aber ich benutze jetzt mal dann das andere Werkzeug. Ich habe ja lieber das hier, weil das Teil, das kann man dann auch öffnen. Das kann man auch wie einen Greifer benutzen. Und, und das ist hier zum Umrühren gut. Und dann zum Putzen. Wenn man es auseinander nimmt, dann kann man das leicht, leicht putzen so. Das ist das Problem mit den anderen Quirls hier da, die dann innen drin sind. Da kommt man innen drin nicht richtig ran zum Putzen. Aber die hier, durch das Aufklappbare ist das wunderbar. Und da rühren wir jetzt mal das alles zusammen. Ja, jetzt geht es noch weiter. Jetzt muss noch das Joghurt mit rein hier. So, jetzt habe ich hier schon alles ein bisschen untergerührt. Und jetzt fehlt noch der Zucker und das Backpulver. Ist ja alles raus, ja, ist alles raus. Und wieder unterrühren. So, jetzt habe ich das alles mal umgerührt. Also ich habe das jetzt manuell gemacht. Ich habe natürlich auch so eine Rührmaschine. Das Problem ist nur, mit der Rührmaschine müsste ich jetzt eine größere Schlüssel noch dazu verwenden. Weil mit der kleinen, wenn ich da mit der elektrischen Rührmaschine da drin rum mache, dann habe ich alles auf dem Tisch verteilt. Das muss jetzt nicht sein. So, und dann tun wir jetzt die Mandarinen hier mit unterheben. Also da wird das nicht mehr richtig stark gerührt, sondern die tut man nur so untermischen dann. So sieht das dann aus, wenn das untergehoben ist in den Teig. Der ist jetzt soweit fertig, dass man dann in die Backform tut. Hier habe ich übrigens noch den Saft, der aus dem Mandarinen mit dabei war. Den werde ich dann noch trinken. Und die Joghurtreste, die gehen natürlich auch nicht in die Spüle. Die werden noch aus mit einem kleinen Löffel. Dann esse ich das noch aus. Jetzt schauen wir mal, was die Backform macht. Die haben wir hier auch schon vorbereitet, die Backform. Das ist ja so eine Springform. Die kann man dann hier öffnen, wenn es fertig ist. Ja, natürlich ein bisschen. Erstmal ein bisschen Öl rein und dann ein bisschen Mehl, damit das da nicht festbacken tut. Und jetzt müssen wir das da noch da reinbekommen. Der muss jetzt allerdings das Telefon wieder weglegen dazu, weil ich da brauche zwei Hände dazu. Ja, jetzt ist das in der Backform drin. Das sieht jetzt natürlich etwas wenig aus, aber beim Backen geht der Teig ja noch auf. Der Kuchen wird dann also noch höher, als er jetzt aussieht. Und hier freue ich mich schon drauf, jetzt gleich die Schüssel auszulecken hier. Ja, das habe ich meiner Großmutter immer gemacht und die gebacken hat. Aber er hat immer ein bisschen die Teigreste aus der Schüssel ausgekratzt und genascht. Und dann hat er immer gesagt, das verklebt ja der Bauch. Und aber jetzt bin ich doch groß geworden und der Bauch ist nicht verklebt. Also ja, und diese Schüssel, diese Backform, die muss jetzt natürlich in den Ofen. Den Ofen, also wir haben ja einen Elektroherd, den haben wir schon auf 180 Grad vorgeheizt jetzt mal. Und da muss das dann jetzt rein. Und die Backdauer dürfte so um die 50 bis 60 Minuten sein. Und fertig ist er, wenn das goldbraun heißt, goldbraun gebacken ist. Und ich tue dann immer noch, wenn es ein bisschen dann oben ist, und da tue ich mal kurz reinstechen mit einem dünnen Messerli. Dann sehe ich sie, ob es fertig ist oder ob es noch weich ist innen drin. Und wenn der Kuchen dann gebacken ist, dann kommt da noch Puderzucker oben drauf. Den habe ich jetzt hier nicht vorbereitet. Jetzt tue man erst mal in die Backform. Ne, Quatsch, in der Backform ist er ja schon drin. Tue man in der Ofen, wollte ich sagen. Ja, der Kuchen ist also jetzt im Ofen. Und jetzt tue ich mal ein bisschen naschen, weil jetzt muss er jetzt dem Ofen nicht beim Backen zuschauen. Und dann werden wir mal schauen, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Das dauert halt jetzt eine Weile, bis er fertig ist. Da stoppe ich jetzt mal das Video wieder. Ja, der Kuchen ist jetzt aus dem Ofen rausgekommen. Das haben wir hier erst einmal hergestellt zum Abkühlen. Da kommt jetzt natürlich noch der Puderzucker drauf, aber das ist jetzt noch frisch aus dem Ofen. Das ist jetzt noch warm hier. Das muss erst mal ein bisschen abkühlen, bevor ich da den Puderzucker drauf mache. Ja, und wie gesagt, der ist ein Stück höher geworden. Ist aufgegangen, ist jetzt auch schön braun. Bin da gespannt, wie er schmeckt. Ja, jetzt haben wir die Form weggemacht. Und der bleibt schön stehen, ist auch nicht auseinandergefallen. Genauso muss das sein. Jetzt müsste man noch mit Puderzucker bestreuen, aber er ist noch warm. Aber ja, es geht schon. Jetzt machen wir da noch den Puderzucker drüber und dann sieht er perfekt aus. Ich würde jetzt am liebsten gleich probieren, aber wenn er noch so warm ist, wenn er noch so warm ist, will ich erst noch ein bisschen warten. So, jetzt ist er fertig, der Kuchen. Ja, was wir alles dazu gebracht haben, habe ich euch ja vorhin gezeigt. Und wir haben jetzt den 50 Minuten drin gehabt. Wird jetzt natürlich auf dem Video nicht ersichtlich sein, weil ich ja zwischendurch auf Pause gestellt hatte. Also, wer nachkochen, nachbacken will, wisst ihr, wie es geht. Und ich denke, dass er auch so schön, so gut schmeckt, wie er aussieht. Ich kann es kaum abwarten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.